Einer ist die Meister drauf, aber das ist geil, hör ich. Schreibst du, weißt du, wie das Piliattrefter ist? Ja. Führst du da gerade hinten drauf, auf der anderen Seite. Von Bär-Uni. Freunde sind da irgendwelche Racks oder Dung gewesen. Max Ducks. Drecktum. Oh, das Glück! Du bist im Nächsten. Ja, du bist im Nächsten. 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 Oh, ey. Wer hat denn sieben heute offen? Nee, mehr wegen mir. Ist einfach ein Bär. Ja, aber ich denke, ich will euch den Rot verrosten. Hat er nicht offen? Nein. Na, dann passt schon. Ja. Aber dann lasse ich wieder schlafen. Als gestern bin ich Gäse. Ja. Ja, wie weiss ich, kommen Grum. Nein, dann passt's schon, hä? Spinnst du? Hallo! Nein, nein. Am Donenst du ein bisschen? Ja, ganz hocherin. Ich geh, spinnst du nicht vor. Schnell bin ich schon noch gewesen. Sicher. Vodaf. Er muss frei. Nein, dann passt's schon gut. Danke. Tschö. 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 Tschö, tschö. Ich hab mal laufe. Fertig, fertig du? Ich stehe im Ernst. Die Kille. In der Sieben. Ich muss nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Eine gute Talstätte. Genau, nicht mehr in der Talstätte. Zum Wurz. Das Auto ziehe alle, aber in der Kille. Oder du, Kille. Die nächsten halben Stunde sind. Hahaha.